Moin Jungs und Mädels, zwei Abonnenten von Adam Gahl. Wir befinden uns hier heute. UKR 2. Ja, schwenk mal rum. Hier ist der Beweis. Jugendklasse startet gleich. Die ersten Rennen beginnen. Wir haben schon eine Probefahrt gemacht. Abnahme lief auch. Ein, zwei Mängel gab es. Aber ich bin ja auch nur ein einfacher Schweißhaus geoffen. Anna, hier. Grüße gehen raus an Jupp. An der Stelle... Klapp dein Lexikon mal zu. Genieß das Video, wenn du es siehst. Grüße gehen raus an dich. Dann bin ich leider noch. Dann die Flur Honest. Was macht der denn? Dann 824, meine ich. Komm, 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 komm. Und ein wenig weiter. Ja. 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 Oh, ist aber echt besser. Ja. Viel besser. Jetzt vielleicht noch mal gucken. So, fahr! Oh, hi! HI! Oh, ho, 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 ho! Entschuldigung! Felix, krieg nichts mit. Felix, krieg nichts mit. So, die Nils ergreifen das Team Nuno Nieland an, Seite an Seite aber. Die 280 kann sich durchboxen und neuer Dritter mit der Startnummer 85. Der dann kommt gleich auf dem Weg. Ja, aber immer noch dritte. Ja, in der Kampterwacht. Der Dom mit Rudolf. oh ja 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 Ich bin hier mal in der ... 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 Letzte Minute für die 82, dann haben wir die Linze, Daniel. So, dann können wir die Linze, die Linze, die Linze, die Linze, die Linze. Die beiden Autos fahren, du, du, Nilen! Alles in Ordnung! Alles in Ordnung! Alles in Ordnung! Alles in Ordnung! Ein Ein Wir sehen, dass wir jetzt gleich schnell die beiden Autos haben. Wir können natürlich jetzt noch ein bisschen länger schließen bleiben. Wir gehen jetzt noch schnell auf den Autos. Wir gehen jetzt noch schnell auf den Autos. Und dann müssen wir jetzt noch ein bisschen einsteigen Wasser holen. Ich nehmt einmal aus den Autos. Dann können wir jetzt noch Weiterentwicklungen wie es in der Polen dazu einenuted Re delighted Secondly. Aber das ist wirklich ein bisschen dont man packaged. Lütend ourselves from the station outside at the beach. Hallo Jungs und Mädels. hier ein kleiner Lagebericht. Das erste Rennen und das zweite Rennen mit dem Golf sind mittlerweile gefahren worden. Im ersten Lauf sind wir dritter geworden und im zweiten vierter. In beiden Rennen haben wir vorne links eine Beschädigung des Reifens gehabt. Wir haben einmal gewechselt, dann kam das Dilemma nochmal. Lennart, erzähl mal die Lage. Ich bin natürlich sehr traurig, dass ich dieses Wochenende nicht mitfahren kann. Das ist wirklich deprimierend, vor allem, weil die Klasse 5 am Anfang wirklich gut gefüllt war. Aber ich unterstütze natürlich Felix, soweit es geht. Und bin mit vollem Herzblut dabei an der Sache. Fieber mit. Bin auch hier der einer der wenigen, die überhaupt hier gepennt haben. Was man ja auch mal hervorheben muss. Johannes und Leo, das sind ja so zwei Flattenpfeifen. Die fahren natürlich wieder nach Hause. So Heimscheißer. Geht gar nicht. Aber ich halt durch. So langsam fährt man sich ja immer durch. So Leute, wir gehen jetzt Long Distance gucken. Ganz entspannt.